Wir haben die Person festgenommen, wir haben das Schlagwerkzeug, es handelt sich um einen Beil, haben wir bei ihm sichergestellt. Aktuell ist der Bahnhof komplett abgesperrt. Alle Passagiere, die hier mit Zügen noch eintreffen, werden hier sukzessiv auf dem Bahnhofsgelände herausbegleitet. Die Fahrt mit der Bahnhof ist ein Wiener ein, es handelt sich um und sie versucht, es ist denkbar, es verändert sich. Es war die Fahrt für die Fahrt für die Fahrt für die Fahrt für die Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020